hey leute willkommen zurück bei mir auf dem channel und es ist cast clash angesagt und es geht an die hero trials und wir versuchen uns heute in 15 so dürfte jetzt eigentlich bei dem hellen nicht sonderlich ein problem darstellen habe ich meinen healer habe ich auch eingepackt jawohl obwohl es doch manchmal sinnvoller ist den healer nicht mitzunehmen also sprich keinen droiden sondern noch einen damage dealer so was wie den immer tab oder wenn man den magier hat magia sowas auf alle fälle eventuell man könnte ja auch versuchen einen mino mitzunehmen zum stannen aber naja mal also alle kommen auf die gleiche seite und wenn die jetzt alle nach der reihe procken sollte das wenigstens erledigt sein das sieht man wieder wie mächtig der blad ist alles klar dann glaube ich sollten wir halt 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 nummer 16 an testen aber ohne bomben mache ich da mal gar nichts weil die können dir doch schon den arsch retten so aber bei meinem glück kommen jetzt sicher die hapien und die werden mich sicher zerstören so oh der orc der könnte doch auch machbar sein so und oben und der dürfte gleich tot sein ja so jetzt brauchen wir hochstacken und sehr fein das war dann l 16 so ihr seht es ist auch nur die standard base ich habe da jetzt nichts rum geändert habe ich da jetzt auch nicht sonderlich eingelesen es wollte jetzt einfach nur mal schauen wie weit ich mit welcher base komme und wir machen l 17 nochmal ein orc jetzt wird es interessant geht sich das trotzdem aus weil der hat jetzt doch schon ein sehr hohes level eine heilung wäre doch angebracht irgendein held ist angefallen ich glaube das war der santer so und jetzt unbedingt stunnen 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 aber ist sich nicht ausgegangen aber wir versuchen das gleiche noch mal auf ein neues hat jetzt wirklich der schaden gefehlt so noch mal l 17 ab ja die werden mich sicher zerstören und ihr seht der progt wunderschön immer in die mitte rein dann hat da ist wirklich da kommt es wirklich viel drauf an wie sie spawnen wenn man glück hat und die spawnen alle oben oh den blad also den glaube ich werde ich nicht schaffen ne sind alle alle oben gespawnt mit diesem spawn da fehlt mir doch definitiv auf allen ein 5er quicken drauf keinen vorteil hat es ich brauche keine keine bomben kaufen und das ist schon der letzte try und wieder der blad ich hoffe jetzt spawnen sie anders ok jetzt sind alle auf der anderen seite aber der macht menschen schaden das ist einfach brutal hat mir die base zerstört und die helden sind am leben geblieben ja ich hoffe das nächste mal auf bessere gegner also nicht besser sondern auf andere und wir sehen uns dann im nächsten video wieder dann ja dann aus Untertitelung des ZDF, 2020